Aktiv nicht der 18er, ne? Aber geil, das hat ja noch nie das Manni sich beschwert. Sind sie hier der 18er oder was? Ich meine, bin der Meinung, da fehlt mindestens noch einer. Ja komm, dann drücken wir jetzt mal so ein bisschen auf die Tube, scheiß auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen hier. Moment, wir sind jetzt Merziger Straße. Hätte ich fast vergessen hier. Müssen wir mal so ein bisschen Gas geben jetzt. Ups. Hallo. Hallo. Merk. So, Falkenseer Chaussee. Oh. So, gib Gas, Bus. Wir haben Verspätung. Wir müssen hier einmal rüber. Und dann links abbiegen. So. Bitte, Ampel. Ich hab Verspätung. Ich muss Gas geben hier jetzt. Jawoll. Ach nee, stimmt. Ach kacke. Komm, schwingt eure Karren rum. Danke. Falkensee. Falkensee. Einmal normal, bitte. Njerg. So, dafür drücken wir jetzt aber mal ganz kurz Pause. Gucken auf den Fahrschein. Äh, Fahrplan. Äh, wir waren das. Wir waren hier. Wir waren Falkenseer Chaussee. Wir müssen jetzt Glühwürmchenweg. Waldkrankenhaus. Glühwürmchenweg. Wo ist denn der? Ja, bestimmt nicht da, oder? Äh, wir fahren jetzt mal geradeaus. Ja, 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 komm. Ach, Westerwaldstraße. Nö. Fahren wir nicht. Der sagt doch Glühwürmchenweg. Was, was labert der jetzt von Westerwaldstraße? Ach, nee, komm. Komm, Jungs. Verspätung. Los jetzt. Hallo. Ist das jetzt Glühwürmchenweg oder Westerwaldstraße? Westerwaldstraße, da halten wir aber auch. Komm rein. Los. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ganz gut stehen. Ja, mein Gott. Jetzt kommt Frankenwaldstraße, obwohl das irgendwie nicht auf meinem Fahrplan steht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich fahre gerade irgendwie falsch. Ist mir jetzt auch egal. Ja, für euch zwei Flitzpiepen, ey. Am Kiesteich. Da vorne geht's rein. Ich habe jetzt irgendwie extra Haltestellen mit, ne, oder? Hier gibt's ja auch so... Alter! Ja, ich habe zwar Vorfahrt, aber drängel dich ruhig raus. Fuck, was ist denn K? Kriege ich noch. Am Kiesteich. Wer sagt's denn? Ich habe das Gefühl, ich fahre viel zu weit, ne? Beziehungsweise viel zu lang. Ich hätte irgendwo vorher raus müssen. Rausfahren müssen. Ja. Bitte. So, die nächste wäre Spektefeld. Jetzt erst Spektefeld. Ich habe das Gefühl, es gäbe, es hätte eine Abkürzung geben müssen, weil ich irgendwie viel zu viele Haltestellen noch angefahren bin, die irgendwie nicht auf meinem Fahrplan stehen oben. Dass man die dann einfach auslässt, oder? Wie macht man das denn dann? Weil jetzt immer Spektefeld. Ich glaube, das steht drauf. Da gucke ich mal gleich. Hochhausweg. Ach ne, das steht alles drin. Hallo! Hallo! Ach ne, ich glaube, wir sind doch im Plan. Ich habe mich da nur vertan. Falkenseer Chaussee einmal falsch geguckt, oder so. Äh, Gerhard Ringen. Paul Gerhard Ringen, oder so. Oh, keine Ahnung. Wie ist 30? Scheiß drauf. Wir haben keine Zeit. Genau, und dann kommt das Schulzentrum. Will keiner. Lassen wir aus. Wunderbar. Schulzentrum Spektefeld. Sind wir jetzt? Hier haben wir doch wieder mal. So, grüß Gott. Ach ne, wir sind ja hier in Berlin. Hallo. Hallo. Wunderbar. Haben wir das auch? Dann kommt jetzt Hochhausweg. Äh. Na ja, gut. Bisschen Verspätung. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so richtig verkacke mit dem Zeitplan hier, mit dem Fahrplan. Ui. Ach, Hochhausweg. Warum gibt's in Berlin noch so viele Hochhäuser? Ja, Tag. Und jetzt fahren wir Stadtrandstraße. Los, los, los. Gas, Gas, Gas. Wir haben keine Zeit. Wir müssen zur Nervenklinik. Die ganzen Patienten abliefern. Hier, Omi und so weiter. Los. Oh, grün, grün, grün. Yeah. Falkenseer Chaussee, Stadtrandstraße. Und dat hab ich eben verpeilt. Dat ist ja hier Stadt, äh, Falkenseer Chaussee. Dat heißt, wir sind richtig gefahren. Guten Abend. Hä? Keiner ne Karte? Bis jetzt noch nicht? Ja, du willst natürlich ermäßigt. Dankeschön. Bitteschön. Alles klar. Wir müssen uns beeilen. Glühwürmchenweg. Ich glaub, das ist ja vorletzter Halt, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, da kommen noch ein paar. Ja. Da will auch noch eine mit. Komm rein. Los. Jo, alles klar. Äh, Griesinger Waldklinik. Irgendwie so. Zum Waldkrankenhaus. Griesinger Straße. Ja, wo bin ich mit dem Weg? Griesinger Waldkrankenhaus. Hier will natürlich einer raus. Ach, ist das jetzt eine hier, oder was? Zum Waldkrankenhaus. Griesinger Straße. Hab ich die übersprungen, oder so? Wunderbar. Drei Leute raus. Griesinger Straße kommt jetzt noch einmal alleine. Na, wir müssen ein bisschen eng hier, ne? Aber ich meine, kommt da noch eine? Die letzte ist doch Waldkranken... Äh, äh, Nervenklinik, oder nicht? Ich bin schon so Ewigkeiten hier nicht mehr lang gefahren. Als ich OMSI 2 gerade neu hatte, ne? Da hab ich das, äh, gespielt häufiger. Und auch bin ich hier die Linie 5 häufiger gefahren. Tatsache, hier ist wirklich noch eine Station. Griesinger Straße. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay. Nervenklinik Spandau. Letzter Halt dieses Busses. Bitte alle aussteigen dann. Und dann bin ich mal auf meinen Fahrplan... Äh, die Fahrplanauswertung... ...gespannt. Ach ja, jetzt muss ich da ja erst noch so behindert drehen. Wie war denn das hier? Konnte ich da jetzt irgendwie gleich... Ja, ne? So. Nervenklinik Spandau. Wunderbar. Da vorne geht's hin. Und raus mit euch. Schwupp. Okay. Warte mal. Ankunftsdifferenz 4 Minuten. Wir hatten kurzzeitlich mal 6 Minuten Verspätung. Und sind jetzt auf 4,34. Nein, das war jetzt natürlich nicht so Bombe. So, dann stecken wir alle aus. Alter, wie viele sind denn da oben noch drin? Ach, das waren sie jetzt, oder? Hä? Ist da oben ein Nest? Ja, das war das jetzt. Mann, 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 Mann. Warte mal. So, Gang raus. Äh, du, 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 du. Löschen. Wunderbar. Haben wir das gelöscht. Zack. Dann brechen wir noch den Fahrplan ab. Jawohl. Hilfsfeile machen wir nochmal aus. Motor aus. Elektrik aus. Runter damit. Machen wir mal den Bus für den nächsten Kollegen bereit. Ah, wunderbar. Alles klar. Dann verabschiede ich mich jetzt von dieser Folge. Habt noch einen schönen Tag. Bis später. Tschüss. Tschüss.